Mein Name ist Adrian und in diesem Video zeige ich dir ein Livestreaming- bzw. Videokonferenz-Setup, welches komplett in diesen Koffer hier reinpasst und so natürlich auch mobil super einsetzbar ist. Natürlich, es gibt weitere Komponenten, die hier hinzukommen können über den Koffer hinaus. Ein LED-Setup zum Beispiel für die richtige Beleuchtung oder auch Kamerastative. Aber alles, was so in das Kern-Setup gehört, passt eben in diesen kleinen Koffer hier rein. Und da möchte ich jetzt einmal mit dir durchgehen und dir die einzelnen Komponenten zeigen. Für dieses spezielle Projekt haben wir wirklich jede einzelne Kamera, aber auch jedes ATEM voreingestellt, sodass theoretisch auch ein Laie das ganze System aufbauen kann. Wir sind sogar so weit gegangen, dass wir hier eben an jedem Kabel eine entsprechende Farbmarkierung gemacht haben, sodass man das Ganze ganz einfach aneinanderstecken kann und dann auch zwischen diesen einzelnen Kameraperspektiven hin- und herschalten kann, ohne dass man hier großartig das Ganze setupen muss. Es bleiben auch einige Komponenten sozusagen beieinander, wenn man es dann in den Koffer packt, zum Beispiel hier den Empfänger beim Audio oder so. Das muss alles gar nicht komplett auseinandergebaut werden, sondern kann einfach auch so im Koffer verstaut werden. Das Setup besteht aus zwei Kameraperspektiven und die werden dann kombiniert mit dem ATEM Mini Pro und dieses ermöglicht es dann, live zwischen diesen Kameraperspektiven zu wechseln. Aber starten wir mal ganz vorne hier. Wir haben hier die Audio-Lösung und zwar haben wir uns hier für die Road-Wireless-Go-Funkstrecke entschieden. Das heißt, wir haben ein Lavalier-Mikrofon, den Sender und dann den Empfänger hier direkt an einem Canon Camcorder, für die wir uns entschieden haben hier. Die Canon Camcorder bieten zum einen schon mal eine gute Bildqualität, ein gutes Autofokus-System und eben auch zuverlässig über externe Stromversorgung, also über Netzteil, eine lange Betriebszeit. Und so haben wir hier sehr flexible Kameras, die ein gutes Bild abliefern und dementsprechend ein gutes Setup für Livestreaming und Videokonferenzen. Das heißt, das Audio fließt jetzt hier direkt über den Mikrofoneingang in die Kamera. Die Kamera ist ein Camcorder, sehr flexibel. Wir können hier einfach reinzoomen, rauszoomen. Wie gesagt, von uns alles voreingestellt worden. Und dann gibt es hier so einen kleinen Adapter, der es uns ermöglicht, das HDMI-Signal eben jetzt hier abzugreifen von der Kamera. Und dann geht es hier über lange 10 Meter HDMI-Kabel in unseren Atom Mini Pro. Und das Atom Mini Pro ist das Herzstück von diesem gesamten Setup. Wir haben hier eben die einzelnen Kameraperspektiven, die zusammenlaufen. Und man sieht es hier an der Markierung, wir haben Kameraperspektive 1, 2 und 3. Bei der dritten Kameraperspektive könnte man jetzt zum Beispiel hier auch noch einen Laptop anschließen mit einer PowerPoint-Präsentation. Es gibt sogar noch die Möglichkeit, noch eine vierte Kameraperspektive, also ein viertes HDMI-Signal hier anzuschließen und dann einfach hier zwischen diesen Signalen hin und her zu wechseln. Und dadurch, dass wir hier an Kamera 1, wir haben das ja alles hier auch so markiert, Kamera 1, dann auch ein Mikrofon haben, das Schwarze, können wir auch hier am Atom das Mikrofon von Kamera 1 an- und ausschalten. Jetzt müssen wir natürlich uns auch anschauen können, was wir denn jetzt hier überhaupt machen. Und dementsprechend haben wir hier noch einen kleinen Monitor angeschlossen, der auch hier über HDMI am Atom hängt. Und hier können wir uns jetzt eine Übersicht von allen Kameraperspektiven anzeigen lassen, können uns aber auch jede Kameraperspektive einzeln anzeigen lassen und so zwischen diesen einzelnen Bildquellen hin und her wechseln oder uns vielleicht auch einfach nur anschauen, was denn jetzt überhaupt gestreamt wird. Was ist denn das finale Bild, was gerade rausgeht? Und so ist dieses Kernsetup jetzt hier aufgebaut und das Ganze landet dann hier sozusagen bei einem USB-Signal. Und dieses eine USB-Signal können wir uns jetzt an den Rechner anschließen und das wird dann direkt als Webcam erkannt. Und das bedeutet, ich kann zum Beispiel einfach meinen Google Chrome Browser aufmachen und dann einen Livestream auf YouTube machen. Ich kann aber das Ganze auch natürlich an beliebige Livestreaming-Software oder Videokonferenz-Software anschließen und dann habe ich zwei Kameraperspektiven, zwischen denen ich hin und her wechseln kann. Vielleicht bei Veranstaltungen, nahe Kameraperspektive, eine weite Kameraperspektive, ein Vortragsredner plus vielleicht einen Moderator. Und all das kann ich jetzt einfach mit diesem einfachen Setup hier zusammenstellen und es landet dann bei diesem einen Signal hier, mit dem wir das Ganze dann am Computer verwerten können. Alternativ habe ich hier auch noch so eine kleine Packung und da finden wir eine 1TB SSD drin. Und diese 1TB SSD lässt sich eben auch hier über dieses USB-C-Signal an das Atom Mini Pro anschließen. Und so brauchen wir nicht unbedingt einen Stream zu machen, sondern wir können auch einfach eine Live-Aufzeichnung machen. Wenn wir zum Beispiel einen Vortragsredner haben oder vielleicht auch mehrere Vortragsredner hintereinander, können wir live das Ganze hier mitschneiden und das Videoprojekt ist sozusagen abgeschlossen. Wenn der Vortragsredner von der Bühne geht, dann drücken wir einmal auf Stopp, die Aufnahme stoppt und wir haben direkt eine fertig geschnittene Videodatei auf der Speicherkarte beziehungsweise auf der SSD und diese können wir dann direkt zum Beispiel auf YouTube hochladen. Und so sieht so ein Setup aus. Das packst du jetzt komplett hier rein. Ich kann es ja einmal demonstrieren, indem ich mal so eine von den Kameras hier zum Beispiel reinpacke und vielleicht auch noch die zweite Kamera, damit man mal sieht, wie das ganze Setup dann hier im Koffer auch aussieht. Wir haben im Koffer jetzt auch noch entsprechend die Ladegeräte natürlich. Das ATEM kann hier auch noch entsprechend so rein und wir haben hier zum Beispiel jetzt noch einen Multi-USB-Charger und hier können wir eben mit einem entsprechenden Netzteil das Ganze anschließen, sodass wir hier zum Beispiel diese Sender hier von Rode einmal aufladen können. Davon haben wir ja vier Stück, viermal USB-C. Dann kann man das einfach einmal anstecken nach dem Dreh beziehungsweise auch vor dem Dreh und das Ganze dann so aufladen. Und so kann so ein Setup aussehen und das passt eben in so eine Kiste rein und kann dementsprechend super mobil eingesetzt werden. Das war mal so ein kleiner Einblick, wie sowas aussehen kann. Wie gesagt, bei dem Projekt haben wir quasi alles komplett übernommen, haben uns überlegt, wie so ein Setup aussehen kann, haben die einzelnen Komponenten hierher bestellt bekommen und dann haben wir das Ganze zusammengebaut, so dass es funktioniert hat, haben dann überall entsprechende Kleber drauf gemacht, so dass man es entsprechend zusammenbauen und wieder aufbauen kann und dann hier in den Koffer rein und damit hat man ein mobiles Setup. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Wenn ja, lass gerne eine positive Bewertung da. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao! Bis dahin, ciao!